Die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Infektionszahlen fallen heute ungewöhnlich niedrig aus. Es könnte also sein, dass sich der Lockdown endlich positiv bemerkbar macht. Allerdings wird am Wochenende ja auch immer deutlich weniger getestet als unter der Woche. Laut RKI wurden seit gestern 7.141 Neuinfektionen registriert, 5.356 weniger als vor einer Woche. 241 Erkrankte sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden gestorben. 79.759 Menschen wurden im gleichen Zeitraum geimpft. Insgesamt sind es jetzt 1.048.160 Geimpfte.